Der Streitkolben ist eine Weiterentwicklung der Keule und besteht aus einem metallenen oder hölzernen Schaft und einem meist symmetrischen Schlagkopf aus Stein oder Metall. Streitkolben gehören zu der Kategorie der Wuchtwaffen, da sie bei der Verwendung den Körper nicht penetrieren. Es gibt jedoch auch Streitkolben mit scharf zugeschliffenen Schlagblättern, die als Hiebwaffen klassifiziert werden, da sie bei ihrer Verwendung in den Körper eindringen. Beschreibung Der Streitkolben wurde bereits im Jungpalaeolitikum aus der Keule entwickelt und war weit verbreitet, so beispielsweise auch im antiken Ägypten. Im Mittelalter wurde der Streitkolben als Waffe der Reiterei eingesetzt. Er fand jedoch auch bei der Infanterie Verwendung, so Z. B. bei den Menetans, die derartige Waffen in der Schlacht von Kressi führten. Streitkolben konnten auch mit Dornen versehent sein. Sie konnten entweder ganz aus Metall gefertigt sein oder aus Holz mit Metall beschlägen. Eine extreme Form des Kolbens ist der sogenannte Gödendag. Der Streitkolben zeigte große Wirkung auf Rüstungen. Zu Beginn des Hochmittelalters war der Streitkolben vor allem bei den französischen Rittern verpönt, da für sie nur Lanze und Schwert als ritterliche Waffen galten. Hier gibt es eine Parallelität zu anderen Waffen wie Streithaxt, Streithammer und Streitflegel. Diese einfachen Waffen wurden als unritterlich empfunden, weil sie einerseits profanen Werkzeugen ähnelten, andererseits schlicht plump und unelegant wirkten. Zudem waren diese Waffen im Vergleich zu einem Schwert deutlich billiger in der Herstellung. Boten also nicht die gewünschte Exklusivität für den Adel. Mit dem Aufkommen immer besserer Rüstungen verloren Schwerter jedoch mehr und mehr an Wirksamkeit, wohingegen Wuchtwaffen auch gegen einen Plattenpanzer Wirkung zeigten. Daher wurde dieser Waffentyp trotz seines niedrigen Ansehens immer häufiger verwendet. Im 16. Jahrhundert kam der Streitkolben allmählich außer Gebrauch. Jedoch finden Streitkolben heute noch in einigen Ländern als Zeremonialwaffenverwendung. Beispielsweise verfügen der Sergeant Adams, der Zeremonienmeister im britischen Unterhaus, sowie die Dekane der meisten amerikanischen und britischen Universitäten über zeremonielle Streitkolben. Besonders prächtige Modelle wurden auch als Statussymbole von Kavaleriegenerälen und Herrschern als Zepter verwendet. Daraus entwickelte sich schließlich der Marschallstab. Siehe auch Liste der Streithämmer und Streitkolben Kriegshammer, Morgenstern, Pusikan